Hier ist Arnold. Seit drei Tagen irrt er nun schon durch den Wald. Alles nur, weil er das Geld für ein Taxi sparen wollte. Oh nein, Arnold, sag mir doch nicht, dass du aus diesem See trinken willst. Aber keine Sorge, Arnold. Wenn ein Blutegel in dein Verdauungssystem gelangt, hat er keine Zeit, dir zu schaden. Er wird sich schnell in deinem Magen auflösen. Aber du hast mehr als ein Blutegel in dir, Kumpel. Du bist jetzt das Gesicht der Sendung. Erschwingliche Wohnungen für Blutegel. Es gibt mehr als 500 Arten von Blutegeln auf der Welt, aber nur drei von ihnen werden als wertvoll für den Menschen angesehen. Es dauert nur zehn Minuten, bis 335 Blutegel das gesamte Blut aus dir herausgesaugt haben. Und du, Arnold, hast 1000 von ihnen. Jede Sekunde zählt. Um die Blutegel loszuwerden, musst du Salzwasser trinken. Tut mir leid, Arnie. Ich hatte keine andere Flasche. Das Wasser aus dem See zu trinken war eine schlechte Idee, Arnold. Selbst dein Blutegel ist im Vergleich zu dir schlau. Seine Neuronen wurden für einen biologischen Computer namens Blutegolulator verwendet. Er kann Primzahlen addieren und du kannst es nicht. Aber du solltest dich nicht zu früh freuen, Arnold. Es scheint, als hättest du die Aufmerksamkeit einiger wirklich gefährlicher kleiner Kerle auf dich gezogen. Ich verstehe, dass es schwer zu glauben ist, aber du solltest dich deswegen nicht bewegen, Kumpel. Arnold, lass dich ruhig von den Bienen stechen. Bienengift ist cool. Es enthält viele natürliche Stoffe, die sogar tödliche Krankheiten besiegen können. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass du an einem Hitzeschlag stirbst, als an tausend Bienen stichen. Bienen, die deinen Körper bedecken, erhitzen ihn auf bis zu 47 Grad. Arnold, alles gut? Tatsächlich können die elektromagnetischen Wellen eines Mobiltelefons eine Biene außer Gefecht setzen. Eine Biene ist wie ein Navigationssystem mit einer Reihe von Sensoren, ähnlich wie ein winziges kleines Flugzeug. Offensichtlich müssen also beim Fliegen, genau wie bei großen Flugzeugen, die Mobiltelefone ausgeschaltet werden. Wenn man nämlich ein Mobiltelefon mit einer Frequenz von 900 Megahertz in einen Bienenstock stellt, werden alle Bienen innerhalb von 10 Minuten evakuiert und kehren nie wieder zurück. Warte, Arnold, bist du das? Das ist eine ganz schöne Schwellung, Kumpel. Ich denke, du musst für ein paar Wochen im Wald leben, bis du wieder wie ein Mensch aussiehst. Also, mein Freund, mach's gut.